Und da ist mal wieder ein wildes Dave LP in seiner natürlichen Umgebung. Ja ich mein dich da. Ja hallo. Ja ich dachte da sagt jetzt Günther und Und damit ein herzlicher Willkommen und zurück zu einer neuen Folge auf dem, wie ist der Server gleich? MC Killer Gurke. Ja MC Killer Gurke. Und der Name der wirkt jetzt vielleicht etwas abschrecklich aber es ist wirklich ein geiler Server. Und ja wir haben ihn schon gespielt wie man sieht sonst hätten wir keine Dia Rüstung. Und wir haben auch schon ein komplettes Werkzeug verzaubert mit allem was nur geht. Und ja erster zu dem Server das ist ein Freebild. Also wir wohnen im Freebild gerade. Komm her, komm her. Okay. Also ich hab' immer wieder mal ein Fertiges leichter oder was. Ne. Also ich habe gerade von dem Nachtum geklaut bzw. gefunden da hinten. Ähm. Gefunden. Und ja wir wohnen halt im Freebild. Hier gibt es aber auch Plotten und sowas. Urlaufer. Und ja wir bauen halt hier. Wir sind so normalerweise auch da bloß gerade irgendwie nicht. Und ja. Wir haben auch eine Menge geformt, da haben wir in die Erdkrone. Und Kretze ist im Urlaub. Hä. Ja. Und übrigens ich hab' hier mein altes Schwert. Ich weiß nicht welches du hast. Hier nimm mal meins. Mein altes. Also meins hat Schärfe 1. Ach du Scheiß. Dafür kriegst du 3 Dia's. Und dann müssen wir gleich mal was zeigen. Mach mal so dein Spurm. Okay. Dann kommt man nämlich die Spurm zum den Server. Der ist eigentlich ganz nice. Ähm. Achso. Äh. Dann macht man einfach. Äh. Klick. Und. Äh. Klick mal mit irgendeinem Werkzeug in den Luft. Ein paar Sekunden später. Äh. Wo bist du? Gerade. Hatte ich. Gerade. Hatte ich äh. Ping out. Ja. Äh. Wenn du am Spurm bist. Dann geh mal hier. Schlag mal mit einem Werkzeug in den Luft. Hab ich schon. Hab ich schon. Und ne. Ich hab's geschafft über 100 FPS zu kommen. Juhu. Äh. In der Aufnahme. Und. Ja. Äh. Dave. Wollen wir ein bisschen erkunden gehen? Geh her. Ich mach mein Pferd jetzt live ab. Schlag. So. Komm mit. Ich könnte mal dahinter gehen. Da war ich noch nicht. Da drüben ist ein Haus. Da hab ich das Pferd her. Ähm. Ja. Hab's mir gebrockt. Du bist. Bäh. Äh. 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 Was soll denn das darstellen? Überlanges Hackspielzeug. Bäh. Äh. Wo ist denn das? Also. Ich habe meine. Zwei. Um die. Über. 100 FPS zu erreichen. Ach. Das Ding. Was soll denn das? Geh nach oben. Ich helf mit. Komm. Komm. Geht nicht. Ja. Ja. Und der Server ist eigentlich ganz nice. Also. Man kann natürlich für einen Freebill sicher alles wissen lassen wenn man was gebaut hat. So. Was ist denn jetzt? Na egal. Ich brauche mich zu einem Hackspielzeug. Ist das verkehrt? Was? Ne. Kann ja ja mal passieren. Überhaupt noch höher? Was soll denn der Müll? Alter. Da muss ich halt mit Holz hoch. Der Turm des Restos oder so. Der Turm der dumm heute hier oben ist gar nicht. Bäh. Hehehe. Alles klar. So. Na egal. Lassma's. Nimm den Bruchstein mit du Arne selbst. So. Ne. Ich hab genug. Glaube ich. Ich hab Behutsamkeit auf der Spitzhack aber kriegste alles. Egal. Ja. Ja. Ist das nicht schön. Diese Sonne. Na mein Gott ist cool. So. Äh. Ach übrigens. Was hast du denn auf deiner Rüstung Date? Wir haben voll verzauberte Rüstung. Warte mal. Ja. Der Helm hat Schusssicher 2 Wasser Infinität. Äh. 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 Ich Brüssel und äh. Heisenberg ist back. Äh. Äh. Wir haben neben dem nämlich so eine Rüstung verzauber. Dem DZT. Weil der in der Kraft wie da war. Ich hab aber mit dem Helm haltbarkeit. Äh. Äh. Exklusionsschutz. Atmung. Wasser. Infinitiative. Feuerschutz. Haltbarkeit. Dornen 3. Feuerschutz. Bapose. Ah. Ich könnte die Hose vielleicht noch mal verbessern. Aber sonst bin ich zufrieden. Ja. Warte mal. Dave. Mach. Mal sehen ob ich mit Federfall. Was hab ich mit Federfall? Hab Federfall 4 mal. Mal sehen ob ich Schaden krieg. Äh. Rechte Hand. So hieß der Stütz. Also. T ist dein altes Schwert. Ja. Geh mal rüber. Ob ich den Sprung überlebe. Ja. Ohne Wasser. Ja. Und. Und. Ich hab nur 3,5 herzen Schaden. Ich. Ich überklebe das. Ich glaube ich auch. Warte. Ich glaube ich auch. Du überklebst das auch. Und. Höhe. Höhe. Ich mach das höher. Was hast denn du für ein Schaden? Gott. Ne. Ähm. Wir probieren's. Ach du Scheiße ist das hoch. Ne. Ich spring von hier runter. Und. Ein halbes Herz. Was. Hast du für ein Schaden? Äh. Tütz 3 und Halbbocker 3. Ja du brauchst Federfall, du Trottel. Ja aber ich hab's trotzdem überlebt. Ja mit einem halben Herz. Na gut. Wer's erblock höher, wer das anders gewählt. Jetzt regnet's. Auch Günther war selten das. Günther war selten. Äh. Äh. Oh ja was. Äh. Regen bringe immer die Aufnahme zum Lernen. Das hasse ich. Halt. Also der bei äh. Der mir bloß ein bisschen. Kleines bisschen. Weckwortergräber. Äh. Warte ich muss mir erstmal ein bisschen. Stehen ziege machen. Äh. Deke ich wollte ein Feld bauen. Und du wolltest deine Wohnung ausbauen. Dachte ich ja. Ja. Und. dann make this. Ähm. Boah. 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 Slash Home. Kann ich auch. Endfall brauche mein Buch an und Endlichkeits. Dates du brauchst Ovenbohren und unbedingt Fehlerfall. Ey wenn's regnet hab ich trotzdem über 100 FPS. Auch wenn's regnet. Hat's sein auf ner Programm auf leicht und schwache Computer eingestimmt. Ja und die zischt weiter auf 2. Okay. So. Ähm. Auf jeden Fall. Ja also okay. Der Regen der ist schon bisschen doof. Aber kann man ja jetzt nicht ändern. Ich meine. Äh. So. Äh frag mal im Chat ob mal wer Regen im Freebuild ausmachen kann. Wir haben keinen Wetterkristall. Ja gleich. Wetterkristalle kriegt man durch Woten manchmal wenn man Glück hat. Und damit kann man halt das Wetter ausmachen. Ja warte mal. Ich bin wirklich arm was Erde betrifft. Ohne Mist. Du bist arm was Erde betrifft. Ja ich hab kaum Erde. Ich hab bloß Schwarz-Eichenhölze im Inventor fast. 3 zu 10 Stacks ne 1 2 3 4 5 6 7. Ja. Ähm. Ich bau jetzt erstmal mein Haus weiter. My Haus. Äh äh und wo geht's weiter? In die Mitte oder? In die Mitte ja. Okay. My Haus. In the middle of me. Ich weiß nicht wie das geht. Ich weiß nicht wie das ist. So. We are making a weed health. Alles klar. Akute Weed. Ein. Doch. Akute Weizengefahr. Ja eben. Akute Weizengefahr. Ja eben. Akute Weizengefahr. So. Wer's nicht weiß. Akute Weedbomb hat mein zweiter Account. Deswegen hat der ich jetzt auch gekauft mit Minecraft. Er hat einen gekriegt. Oh. Und ich brauch eigentlich nur alles. Nein. Warum? Ja. Ach nein. So. Ähm. Dave hast du irgendwo Erde? Ja. Hab ich gerade. Hier liegt's. Come to my house. In the middle of the berg. In the middle of the berg. Ja. Ähm. Ist bloß neud. Ja. Ja. Ich hab gleich schon noch mehr. Ich brauch erstmal Trudy hier. Bei irgendein Landhaus. Voll. Von dem ganzen. Schwarzeichenholz. Auch mit dazu. Äh. Wo hatte ich die Schaufeln drin? Ja. Und wir haben viel. Was hauptes Werkzeug. So. Dave. Falls du mal was brauchst. Ich kann dir helfen. Ich hab dich sagen. Ich hab dich nicht gesehen. Ja. Ich hab dichlive mit dazu. Ich hab dich auf. Ich hab dich auf. Die Schraube. Die Schraube. I. Ich hab mich baru. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und Tschau!